Ich glaube, wir können Cotte jetzt öfter mal in der Haar schenken. Die zieht er bestimmt auch an. Ich glaube, wir können Cotte jetzt öfter mal in der Haar schenken. Ich glaube, wir können Cotte jetzt öfter mal in der Haar schenken. Ich glaube, wir können Cotte jetzt öfter mal in der Haar schenken. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit für Womble. Wäre schön, wenn das hier alles zu liegen wird. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit für Womble. Ich bin ein bisschen Zeit für Womble. Bist du jetzt nicht? If you're living what else You are your friend Like your one out With that Unoff my You, you, assurance Da national Dankeschön!